Halloween Update 2024 ist gestern ins Spiel gekommen, oder ist es nicht? Wir gucken uns heute nochmal das Update rückwirkend an und ja, es gibt ein paar Sachen, die muss ich euch dazu erzählen. Wir müssen nämlich darüber reden. Ja, das Update kommt ja, ist gestern gekommen. Heute kommt die Maschine mit ihren Süßigkeiten und auch dem neuen Schiff-Event. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Ihr müsst einfach Produkte in der neuen Maschine produzieren, also diese vier hier. Dann packt ihr die in die Schiffe rein, dann bekommt ihr nämlich Hüte. Und mit den Hüten könnt ihr dann neue Sachen kaufen. Aber das gucken wir uns morgen im Livestream genauer an, denn da werden wir das Event spielen und richtig viele Schiffe ballern. Deswegen abonnet gerne den Kanal, damit ihr den Livestream morgen Abend nicht verpassen werdet. Es sind ein paar Sachen, die Hayday uns nicht gesagt hat, die jetzt im Spiel sind. Nämlich unter anderem, dass man die Supercell-ID-Konten jetzt sortieren kann. Ihr könnt, wenn ihr mehrere Farmen habt, die Farmen jetzt sortieren. Indem ihr einfach hier auf Bearbeiten geht und dann könnt ihr hier mit diesem Reiter hier eure Farmen sortieren. Je nachdem, welche ihr oben haben wollt oder welche ihr woanders stehen haben wollt. Das könnt ihr jetzt ganz einfach machen und so sortiert ihr hier die Farmen. Des Weiteren hat Hayday uns noch mit ein paar Neuerungen im Tal beglückt, die nicht dabei standen. Nämlich haben wir jetzt hier einmal eine Übersicht, wie viel wir im Silo haben und was wir genau brauchen. Also links ist die Zahl, die wir im Silo haben, rechts ist es wir brauchen. Sie haben jetzt den Haken entfernt, um etwas einheitlicher zu sein bei den ganzen Sachen. Deswegen, wenn wir jetzt hier auf verschiedene Häuser gehen, können wir auch sehen, ja hier 19 Baumwollhemden und eine brauchen wir davon. Und der Haken da ist nicht mehr vorhanden. Und im Tal haben die auch noch hier erstmal geändert die Punkte, die man für manche Aufgaben bekommt. Und sie haben auch geändert, wie viele Sonnenpunkte man allgemein braucht. Beispiel beim ersten Sonnenpunkt brauchen wir jetzt nur noch 15 statt 20. Und bei ein paar Aufgaben haben die auch ein bisschen niedriger gemacht. Mir ist jetzt nur, bzw. uns, also mir und dem Chat ist aufgefallen, dass man jetzt hier noch eine Lieferwagenbestellung statt 2 braucht für 4 Sonnenpunkte. Und hier bei den Fischernetzen bekommt man 30 Sonnenpunkte statt normalerweise 15. Also hier ein sehr, sehr guter Boost fürs Tal, weil es wurde ja hier wieder gedowngradet mit dem Tal, also das Hühnertal zumindest. Es gibt wieder weniger Sprit, warum auch immer. Aber nichtsdestotrotz kriegt man jetzt mehr Sonnenpunkte. Den Szenenmodus, den ist wahrscheinlich den meisten aufgefallen, weil häufiger, wenn man auch mehrere Farmen hat, kann man hier den Szenenmodus aktivieren. Dann sieht man hier seine ganze Farm im besten Ausblick. Aber nicht nur das, sondern man kann auch, was man ja in der Vorschau nicht sehen konnte, auch andere Farmen mit dem Szenenmodus angucken. Was ein geiles Feature ist, gerade auch für mich für Farmen bewerten, ist das ganz, ganz cool. Jedoch gibt es einen Punkt, der halt noch ein bisschen schade daran ist. Nämlich, wenn man den Szenenmodus aktiviert hat, man muss das Spiel schließen, damit es nicht mehr der Fall ist. Weil man kann hier die Sachen danach nicht mehr einsammeln bei Rosi und der Nestmeister. Andere Sachen gehen, aber Rosi und der Nest gehen danach nicht mehr. Keine Ahnung warum, wird aber wahrscheinlich bald behoben werden. Eine weitere Sache, die ich extrem gut finde, die Schiffanimation. Man muss hier nicht mehr warten, bis die Kisten geschlossen wurden. Normalerweise musste man immer so machen, sobald es dann geschlossen wurde, konnte man so machen. Aber jetzt, mit dem neuen Update, kann man die Animation einfach überspringen und kann direkt die Kisten füllen, wie gerade gesehen. Das ist einfach nur eine mega Zeitersparnis und macht sehr viel mehr Spaß, die Schiffe zu füllen. Wenn wir schon beim Verschnellern sind, kommen wir natürlich auch zum LKW. Der LKW hat ein Update bekommen, ja, was soll ich sagen, was nicht alle benutzen können. Ist halt sehr, sehr schade, weil es halt ein geiles Feature ist. Normalerweise könntet ihr jetzt eine LKW abschicken, direkt hier drauf gehen und die weiteren abschicken. Aber bei mir ist es ausgegraut, das heißt, ich habe es nicht und kann es euch jetzt gerade nicht zeigen. Ich habe es euch aber in einem der Update-Videos gezeigt, deswegen checkt auf jeden Fall gerne mal die Videos aus zum Update. Da zeige ich euch, wie das genau funktioniert. Und da seht ihr dann auch, ob ihr es habt oder nicht habt. Aber es haben nur sehr, sehr wenige aus meiner Community. Mich freut es natürlich für jeden, der es hat. Aber ich bin an der Stelle, muss ich ehrlich sagen, wirklich sehr enttäuscht. Ich kann verstehen, dass Haley das testen möchte, aber ich verstehe es nicht, dass so viele da ausgeschlossen werden. Ich hätte es verstanden, wenn die gesagt haben, okay, 50% kriegen es, 50% nicht. Aber selbst da, warum testet man nicht das einfach an allen Spielern? Ich meine, wenn es so große Probleme verursachen könnte, dann wartet doch. Testet es erstmal selber und bringt es dann für alle raus, anstatt jetzt so alles anzuhypen und zu sagen, boah, geiles Feature, das wird richtig cool. Und es ist im Spiel, aber es kriegen nicht alle. Also das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich meine, es verschlechtert sich nichts für uns, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Es ist jetzt nicht so, als dass wir jetzt einen riesen Nachteil hätten. Aber ich bin halt immer so für Gleichberechtigung und Fans halt viel, viel besser, wenn alle das Feature kriegen, anstatt nur ein paar. Und ja, weiß ich nicht, das ist halt so ein bisschen demotivierend. Aber nichtsdestotrotz freut es mich natürlich für alle, die es haben. Aber es ist halt trotzdem auch ein Downer für die, die es nicht bekommen haben. Und es hat mich auch gerade im Livestream sehr, sehr geknickt. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir nicht so lange auf das Feature warten müssen. Weiterhin ist mir noch ein kleines Detail aufgefallen, nämlich beim Maggi. Da gibt es nämlich schon die neuen Halloween-Dekorationen. Aber nicht nur das, es gibt auch hier zwei neue Häuser-Dekorationen, die irgendwas mit Blumen zu tun haben. Man kann sie hier schon in Grau erkennen, wo ich gerade drauf tippe. Und das hier mit den Kühen ist die neue Halloween-Dekoration. Also bei jeder Maggi-Sammlung ist die letzte die Halloween-Dekoration. Dann haben wir hier noch bei der Fassade, genau, das ist die neue Halloween-Deko. Und die beiden sind auch die wieder mit dem Blümchen obendrauf. Aber keine Ahnung, wofür die gedacht sein werden. Es ist noch ein bisschen verwunderlich. Die beiden hier sehen sich sehr, sehr ähnlich. Es ist aber auch wieder die Blumen-Deko. Und das ist jetzt auch wieder für Halloween gedacht, die letzte. Dann kommen wir zum LKW. LKW haben wir hier das mit den Kerzen, das ist der neue. Hier haben wir keine andere Dekoration vorhanden, aber auf jeden Fall die Halloween-Deko. Das haben wir hier mit der Kerze. Dann haben wir hier das mit dem Friedhofszaun. Und die neuen Reifen sind das mit den Spinnennetzen. Beim Straßenverkauf haben wir auch wieder so Friedhofs-mäßig angelehnt. Nämlich hier einmal mit den Kerzen. Dann haben wir als Wand bzw. als Vorschau hier das hier, das Weiße. Und als Boden haben wir dann auch hier nochmal ein Friedhofszaun angelehntes Ding. Finde ich ganz nice. Ich freue mich auf die neue Maggi-Dekoration. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Dann verpasst ihr nicht, wenn die Dekorationen ins Shop kommen. Das werde ich nämlich posten und auch im Video vormachen, wenn wir uns die dann holen werden. Ja, das sind soweit alle Änderungen, die nicht offensichtlich waren beim Hayd-Update. Der Szenenmodus, klar, ist offensichtlich. Die neuen Küken haben wir auch gesehen. Die neuen Dekorationen werden ja jetzt kommen. Die neue Maschine startet ab morgen, genauso wie das neue Sammelbuch. Das wird ja auch morgen bzw. heute ins Spiel kommen. Und im Bearbeitungsmodus, das Radiergummi und so weiter, das ist ja auch eigentlich so gut wie selbsterklärend. Ja, diesen Bug hier gibt es noch, also dass hier das ein bisschen lila aussieht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den Bug bekomme, aber tatsächlich kriege ich den jetzt. Der ist, keine Ahnung woher der kommt, aber den gibt es halt noch. Hier gibt es halt auch mal den Szenenmodus, genauso wie das Radiergummi. Dass man hier jetzt Sachen leichter wegmachen kann, rückgängig gibt es. Wenn man sich mal vertut, das ist auch richtig cool. Genauso wie wenn man eine Sache verstellen will und die im roten Bereich stehen lässt, dann bleibt die da stehen und erst wenn man woanders hingeht, dann geht die halt wieder zurück. Also dann kann man halt, muss man halt nicht immer neu swipen, ist halt einfach besser. Genauso wie Filter und Suchfunktion gibt es jetzt hier auch. Eigentlich ganz cool. Und das ist das Halloween Update 2024. Ihr könnt mal gerne eure Mane zum Update in die Kommentare schreiben. Da das LKW Feature nicht alle haben. Ich hätte im Update vorher eine 7 bis 8 von 10 gegeben. Jetzt gebe ich dem Update eine 3 von 10, weil ich das einfach schade finde, dass das LKW Feature nicht vorhanden ist. Ihr könnt gerne mal eure Mane zum Update in den Kommentaren äußern. Je mehr kommentieren, je mehr das Video liken, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt das. Deswegen appelliere ich hier an alle, liked das Video, kommentiert oder liked einen Kommentar, dem ihr auch, wo ihr eure Meinung wieder seht. Weil es ist ganz wichtig, dass wir hier mal ein Statement setzen und ja, dass vielleicht doch sehr, sehr viele noch nah, also nicht, also zeitnah das LKW Feature auch kriegen. Aber ich werde auf jeden Fall häufiger mal nachfragen. Danke fürs Zusehen, Leute. Lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben, denkt in den Creator Code, haut rein. Ciao.